Hallo zusammen, ja ich bin wieder da, nach einer ziemlich langen Pause, aber ich mache es kurz und schmerzlos, ich werde austreten aus der Transkrautsgruppe, werde keine Videos mehr machen auf dem Transkrautschannel, ganz einfach, weil ich im Moment überhaupt keine Zeit dafür habe. Ich studiere im Moment und ja, ich habe einfach gesehen, dass das überhaupt nicht funktioniert, also keine Zeit für irgendwas. Ja, deswegen wollte ich nochmal ein kleines Abschiedsvideo machen und mich bedanken für eure Unterstützung, für die lieben Worte, für alle Kommentare, für alle Nachrichten, für alle lieben Nachrichten, die ich bekommen habe. Ja, nochmal danke und danke für überhaupt die Videos schauen und teilhaben an unserem Kanal. Ja, ich bin jetzt hier das letzte Mal, für alle, die trotzdem noch irgendwie tragen oder sonstiges haben. Ich werde darunter noch meine Kontaktdaten hinschreiben und da könnt ihr mich erreichen. Ab und zu vielleicht, ich glaube eher nicht, werde ich ein paar Videos auf meinem eigenen Channel machen, aber ja, das wird dann wohl eher in den Ferien sein, wo ich nicht so viel zu tun habe. Ja, dann der zweite Punkt dieses Videos ist, dass im April wieder eine Trans-Tagung stattfindet in Gießen und die ist von 4. bis 7. April. Und ja, da gibt es wieder Workshops und Vorträge und alles Mögliche. Dieses Mal ist es ein bisschen anders, aber ja, wenn ihr mehr Informationen darüber wollt, also wie gesagt, von 4. bis 7. April 2013 und der Flyer schaut so aus. Also, ich werde das dann hinten im Video nochmal dranhängen, dann könnt ihr euch das alles durchlesen und die Links unten werde ich auch hinten hinschreiben in die Beschreibung. Also, ja, ich werde auch dort sein, also wer mich treffen will, kann kommen. Würde mich freuen. Ja, ich glaube, das war's. Also, erster Punkt Abschied, also letztes Video für mich. Und zweiter Punkt Trans-Tagung. Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Ja, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen, fürs letzte Zuschauen. Ja, ich hoffe, ihr seid, euch geht's allen gut und ja, vielleicht sieht man sich mal wieder, wo, wer weiß. Na gut, dann ein letztes Auf Wiedersehen. Tschüss.